gute erste runde weil es geht noch bergab eigentlich schon einmal so gut bist dann jetzt eigentlich nur noch bergab jetzt können wir nur noch jodeln rein jodeln ja wo hüpfen wir runter eine gute frage nächste frage simultan rausgesprungen ohne absprache das zeugt davon dass sie schon relativ lange zusammen spiele ja lächer werden wir mal schon zusammen gespielt das dach hier gegenüber ja hier bewegt sich was braucht man eine waffe ich hab eine waffe wo hast du selbst bei dir ja oben drüber halt nach er ist down sein kollege läuft noch habe einen wichser ausgeschaltet hast du raketen für mich das fragt man eigentlich nicht mit dem ersten date hast du raketen für mich ziel ausgeschaltet ziele überprüfen musste bestimmt mal pipi der kleine ja platten brauchst du auch noch hier ist irgendwie der termin aufgegangen bei uns hier ist irgendwie der termin aufgegangen bei uns was war das für ein geräusch was sieht es oben oder was jetzt oben ja ich gucke auch nach ob er was übrig gelassen hat lag zum beispiel noch eine semtex rum und eine panzerfaust bisschen geld ansonsten nix weiter kann man nicht das hier ist ein depot natürlich das ist ja kein problem ist ja nur k.i. wir wissen ja jetzt nicht ja aber du kriegst es halt nicht offen die tür ist halt verschlossen fenster verriegert verrammelt ist ja nicht die beste ausrüstung ich wollte eigentlich fix die brunen öffnen noch jetzt schlückschen so festungen lokalisiert die ziele sind auf der taktikkarte markiert nervös auch egal tut mir leid bild hallo Geld. Hallo. Danke. Es fehlt noch ein Safe. Bewegung. Ist ja schwer auf Krawall eingestellt, der Junge. Ja, welcher Junge ist auf Krawall eingestellt? Ah ja, ne? Das Geld wollte sich einfach nicht in mein Inventar wiederfinden. Das Team hat es in die Sicherheitszone geschafft. Du hast immer noch gejagt, aber immer noch Stufe 1. Oh fuck, zwei Kaufstationen direkt vor uns. An dem Tresoren. Da ist einer. Er ist nach rechts hinter die Fässer gelaufen. Okay, ich muss ein bisschen Glück haben, dass ich nicht getroffen werde. Oh fuck. Kommissionen. Weißt du, woher ist? Ne, keine Ahnung. Hast du Munition? Ja, ich bin hier oben. Kann ich nicht nur mal einsammeln. Er ist hier abgetaucht wahrscheinlich. Oh, hier ist... Hier ist ein Versteck im Wasser, Leute. Das war aber richtig gut, bis ich da hingegangen bin. Ja, das hier ist ein Teil aus dem normalen... Modern Warfare 2. Das ist eine Karte, das ist eine Map. Auch mal gefunden. Interessant. Was brauchst du denn für Munition? Ich hab gerade einige sein gesammelt. Ja, Pistolenmoni. Ja, hab ich hier. Ja, gelb. Nice. Kleinkaliber hier. Der ist aber gut abgehauen, muss ich sagen. Mhm. Wir haben ja noch den Save. 50 Sekunden. Die feindlichen Pferdenleser haben euch verlobt. Ja, was hier? Ich hab irgendwas getroffen. Meine Klasse-Mine wahrscheinlich hinten. Meine Klasse-Mine hat wahrscheinlich was getriggert. Die neben der Kaufstation war. Neben der Kaufstation war die. Richtung Haus. Zwischen Haus und Kaufstation, da die wir zuerst waren. Irgendwo dort. Äh, zweit, warte. Brücke vor. Äh? Borscht. Sieht's denn eigentlich aus mit der Zone, wo wir gerade sind. Sieht gut aus. Ein Zeugblattner. Bist du gerade geballert? Na ja, an der Kaufstation sind zwei. Sag das doch. Wolltest du markieren. Oh, genau. Brücke vor. Na, bei dem, bei dem Schild. Ah. Erbitte, Mörserbeschuss. Position ab. Okay, Mörserschlag steht kurz bevor. Ich glaube, die kommen. Irgendwo von dort. Hier bewegt sich was. Kein Effekt beim Ziel. Meistliche Scharfstütze. Baut auf deinen Kopf auf. Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Rechts und links. Pass auf dich auf. Ich bewache die Treppe. Das Gas kommt. Kommt ihr nicht näher? Vorsicht, das sind immer noch zwei Wellen. Kann sein, dass die jetzt kommen werden. Aber ich bin auch unten, wie gesagt. Ach, die Welle. Letzschlag ist hier immer noch. Wurde auf dich geschossen oder auf mich? Ja, wurde. Aber ich kann nicht sagen, von wo. Jetzt kann ich sagen, von wo. Brücke vor. Werfe Haftgranate. Fuck, von zwei Seiten. Ich brauche dich an meiner Seite. Ich werde zu weit weg. Deswegen können sie dich nicht sofort holen. Wenn du Platten brauchst, sag Bescheid. Sie kommen? Ja. Weiter unter Treppe. Blackside geäumt. Gebiet gesichert. Ich habe einem die Platten gezogen. Ich habe einen die Platten gezogen. Ich habe mich erwischt. Ich bin nur geheult. Du wirst wieder fit. Sie kommen. Danke dafür. Das hat mich. Ich brauche dich an meiner Seite. Hättest du erstmal gekämpft. Ja. Mein Kollege hatte ich. Deswegen hättest du dir erstmal gekämpft. Ich hatte aber ein bisschen Zeit gehabt. Aber den, der dich angekauft hat, den habe ich ja gut angeschossen. Rechts rum, oder? Einer läuft links, einer rechts. Ich mache den Mistcalf, fertig. Werfe eine Rauchgranate. Jemand sollte gleich sterben. Unter dem Brunnen einer. Die Granate ist raus. Ich sehe unter direktem Geschuss. Ich mach mal los. Weiter, ich bin umzingelt. Einer noch hier. Ich habe ihn. Schön. Meine Granate war leer. Granate aufgehoben und hier noch eine gegeben. Schönes Ding. Unterwegs. Ich sehe dich. Gucken, wo ist das Ding? Da hinten. Erst mal ein bisschen ernähren und gucken, ob es da Schüsse gibt. Bei Ende sehe ich bis jetzt keine. Die ploppen ja manchmal leider. Na, ist zu spät auch. Was siehst du heute? Nee. Hier ist sogar noch eine Kiste oben drauf. Das Ding kommt näher. Ich bin zu spät. Ach, ich bin zu spät. Oh, da ist es. Ich bin zu spät. Ich bin zu spät. hier muss man doch hier hochkommen ja von außen meistens war da was wo Auto kommt ich brauche noch eine zweite Waffe hast du nur einen im Set drin oder was ja ich habe bei dem Set nicht Akimbo's ich habe ein anderes Perk dafür drin ich habe das doch vorher ok die Päckchen Munition angehalten überall kann man hochklicken nur da nicht oder was wenn wir spielen ich habe das für ein Tonne Claymore Scharfschützengewehr hier hab eins aber die Munition nehme ich aber von dem du den Munition ok wir müssen mehr in die Richtung ich würde eher das Gebäude nehmen drücke vor bestätigt bei meinen Scharfschützengewehr einen Scheu-Dämpfer ne es wurscht wenn wir schießen kriegen die eh mit wo wir her es ist gibt da nicht wirklich viele die ahnungslos sind wenn sie beschossen werden das Gas näher sich neue Sicherheitszone gefunden bist du geschossen? nope da oben macht sich was Es sind ja leider keine Feinde. Ich habe gehört, aus welcher Richtung circa es gekommen ist. Ich suchte gerade die ganze Sache ab. Das Gas breitet sich aus. Das Team hat die Sicherheitszone betreten. KMG markiert. Der Feind nähert sich. Okay, wenn er sich nähert, gucken wir mal in der Drohne. Oh, direkt neben uns. Schande. Scheiße, brauche kleinkalibrige Munition. Hier bewegt sich was. Einfach mal im Haus oder oben auf dem Dach. Ich nehme gerade oben ab, aber ich sehe nichts. Ich gehe hoch. Wahrscheinlich immer raus jetzt. Reingesprungen wahrscheinlich. Rausgegangen, oder? Team ausgelöscht. Da war alleine. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Das Gas nähert sich. Erreiche die neue Sicherheitszone. Ich habe einen hier unten am Fenster. Ich habe ihn von hinten gewarscht. Sehr schön. Entschulde dir was. Die nächste Runde geht auf mich. Scheiße, brauche kleinkalibrige Munition. Wir müssen langsam mal. Brauchst du noch kleinkaliber Munition? Ja, hat er ja gerade gesagt. Ich habe leider auch nichts. Schade. Ich dachte, ich habe das aufgesammelt. Vielleicht oben noch mal durchstopfeln. Ah, die Zeit ist zu knapp. Oh. Wollte ich nicht. Oh ja. Jetzt. Begebt euch jetzt zur Sicherheitszone. Sprachstatt irgendwo in der Nähe. Wer ist? Ja, hinter uns. Ja. Ja, ist das. Ich vermute mal im Haus. Auto. Unterwegs. Heißlicher Wagen markiert. Noch 25 übrig. Wachsam bleiben. Ist das hier der Laser, der hier oben rumzoomt? Nee, das ist der nicht. Team Moskul ist schon da aus oder nicht? Shit. Kann ich dir nicht sagen. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Müssen schnell weiter hoch hier. Wir haben ihn nur auf Atemal. Aber ich seh jetzt erstmal nix. Geht jetzt in die Sicherheitszone. Geh mich hier hoch, Mann. Ne. Lass mal an der Klippe warten. Auf jeden Fall. Ich glaub hier rechts sind wir safe. Hier rechts rum. Ne, da kommt das Gas schon. Ja, ja, ja. Aber ich meine erstmal hier in der Ecke sind wir jetzt hier. Ist uns nix von hinten überrascht weißt du. So meinst du das. Brauchst du auch nicht in die Richtung gucken. Außer einer springen von oben runter. Aber das checke ich jetzt ein bisschen. Das Problem ist, wir müssen damit den Seilzug hoch. Ich hab keine Gasmaske. Können wir vielleicht so laufen, dass wir unten bleiben können. Dass wenn es dann wieder schiebt. Oh Gott. Ich komm nicht mit hoch. Ich komm nicht mit hoch. Ich bleib hier unten. Mein Platz unter den besten 10. Gut gemacht. Ich komm ein bisschen wieder runter. Das ist mich geil. Ja. Ja, ja. Ich hab nicht mehr Platz. Das ist der, der mich kassiert. Ich hör wieder in-game-Voice. Ich klippe hier an den Felsen. Ich hoffe, dass es sich wieder nach hier unten verzieht. Ich bin mir enttäuscht. Nicht erst weiter hoch. Oh. Das Gas nähert sich. Neue Sicherheitszonen. Hier bewegt sich was. Hier bewegt sich was. Hier bewegt sich was. Hopp. Die Equipe eliminiert. Werfen Molotov. Das Gas breitet sich aus. Geht jetzt in die Sicherheitszonen. Was? Füß der Püt. Andere Richtung wieder. Das heißt, die müssen uns entgegen kommen. Nein, nein. Aber vielleicht springen die auch einfach von oben runter. Das Gas nähert sich. Erreiche die neue Sicherheitszone. Das Gas nähert sich dir. Die Sicherheitszone ist weit von eurer Position entfernt. Ihr solltet aufbrechen. Wahrscheinlich oben irgendwo. Ja, hier direkt von mir. Sieg. Gar nicht mehr groß, dass nur noch einer übrig ist, ey. Endlich. Wir können es noch. Wir können es noch. War nicht, ey. War schon gut. Sanitäter. Überlebenskünstler. Auch nur Überlebenskünstler, weil ich dich die ganze Zeit gehoben hab. Warum stehen wir nicht auf Platz 1 hier, hä? Wo kommen wir denn? Ja, ich war ganz oben. Hab ich grad nicht gesehen. Jetzt können wir da rumbleiben. Jetzt können wir da rumbleiben. Erstmal das und zweitens, das müsste jetzt mal einer klippen. Dann können wir den Beweis. Könntest du auch klippen. Ja, müsste ich aber erst ja aus dem Spiel tappen. Das kannst du doch auch morgen machen. Stimmt. Gut. Würde auch noch gehen. Erste Wiederholung. Schön, schön. Hab ich dem Wort schön aus der Patsche geholfen. Und wir haben es doch gewonnen. Jep. Und wir beide haben gelebt. Das ist doch schön. Wir beide haben gelebt. Wir haben beide Punkte gesammelt, Kills gemacht. Weil ich dir gesagt hab, du sollst da oben wieder runterkommen. Ich hab da oben den einen getötet. Ja, das hast du auch gut gemacht. Und dann wieder Tarn, Täuschen, Verpissen. Ja, genau. So. 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 So.